moin moin leute und willkommen zu einer weiteren folge kingdom hearts 3 ja wir sind jetzt dabei stehen geblieben in den ersten stock zu gehen haben rex gefunden was traut uns immer noch nicht so über den weg habe ich das gefühl und ja jetzt müssen wir noch die anderen suchen jetzt sollten wir hier in die lüftungsschächte rex bewacht jetzt unten den eingang ich würde sagen wir laufen jetzt einfach mal hier durch da begegnen wir auch tatsächlich mal herzlosen ein bisschen eng für das ding hier drin oder das ist zwar eine dumme idee Oh, haben wir direkt final ausgelöst? Okay. Egal, ist auch nicht so schlimm, weil wir uns hier einfach weiter in die Kanalisation reinstoppen. Obwohl die schlägt mit seinem Ding hier als Peitsche, ja genau. Das sehe ich jetzt das erste Mal, weil, okay, ja, dann würde ich sagen, wiii, äh, ne, ich bin da lang. Ein Donnersplitter gibt es so aus, okay, ich bin da auch. Tatsächlich. Oh, okay, ich hab die Kiste. Ein Fokustrank. Okay. Now, go, go, go. Now's your chance. Hang on. Go time. Oh yeah. Okay. 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 Ich hoffe nicht, dass wir jetzt wieder in den unten gehen. Dafür sollen uns alle geheilt werden. Dann haben wir wieder eine Kiste. Oder eine große Kiste. Ärger auf der Straße Ein Spiel des klassischen Königs reißt es auf dem Gummifon-Spiel Cool Ah, da haben wir tatsächlich sogar zwei Gummifon-Spiele jetzt schon gefunden Tatsächlich hier Okay Okay, da geht's runter Das ist Babys und Toddlern Where do you guys think we should start? Sorge, didn't you mention music? Affirmative, Goofy Hmm All right Why don't we look for things that make noise? Sure That's good thinking for you What do you mean for me? Hey, where are you? Bottle I think they really are good guys Well Well You wouldn't have trusted them otherwise And I know that your trust is a hard-earned treasure Hmm Well For all our sakes Let's hope you're right, Cowboy I'm willing to give them a chance At least for a little while longer Especially if it means getting Andy and our friends back Agreed I don't think I'm going to go over there Hurry, Sora Also, Trotto's immer noch nie über den Weg I'm going to go over there 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 Just because of the bad guys I didn't make a mistake Hmm That's right Oh, that was wrong I don't know Take this Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah ja mehr HP als ultimate AP jetzt ist es Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall was suchen, was muss ich machen. Hm... Oh, ganz viele kleine Flüsse. Reulen... ...und beschweren durch die Gegend. Oh! Krieg ich auch! Vielleicht ist das ein Herzloser, ne? Ah, okay. So laden wir das Ganze auf. Jetzt machen wir das Finale. Ja. Sieben, das komische Schweinchen hier. Ja, auch noch mal. Warte. Warte. Das war's, aber ich verstehe. Was willst du jetzt, Kofi? Ah, hier. Kofi-Bomber. Und Donauts macht sehr spärschen. Das ist gut. Oh! Das Spiel ist jetzt lebendig geworden. Das Spiel ist ja auch immer besser. Vierer. Fangen wir mal. Oh, mein Freund ist schon ja toll. Das sieht man jetzt sehr aus wie so ein Arionettkumpel. Oh, mach doch! Ah, hier, das lassen wir noch aus. Das nehmen wir noch direkt weg. Oh, Pinata. Ow, 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 ow! Ach, ach, ich habe keine Ahnung, ich habe kein Problem. Ich habe kein Problem. Ich habe kein Problem. haha das ist aber nicht so schlimm das muss jedes mal sein der quack sogar der frosch was ist schon ja da war auch mein gedanke richtig und davor ist ja auch was schade nicht das kopf dass wir das rüber jumpen können mit der technik aber was wir jetzt tatsächlich noch nicht einmal gesehen haben das weiß ich nicht wenn dann habe ich es tatsächlich übersehen hier ist eine zutatung, die finden wir hier echt viel da bin ich hin das sind überall wände wo wir nicht hochlaufen können ok gut gut proben wir mal später dass wir da irgendwie hinkommen ja und ich würde sagen da müssen wir auch definitiv gleich hin aber das würde ich sagen machen wir in der nächsten folge bis dahin Rheingau Ciao Ciao